Das ist doch eine ganz spannende Entwicklung auf der Mobile World in Barcelona, dass die Deutsche Telekom mit dem KI-Anbieter Brain.ai ein Smartphone vorgestellt hat, das ohne Apps auskommt. Also noch nicht ganz, aber als Prototyp doch schon eine sehr beachtliche Sache, dass beispielsweise eine Flugreise direkt über die Sprach- oder Texteingabe gebucht werden kann. Das heißt also, ist die Zeit der Apps vorbei? Große Frage. Ich hatte das die Woche auch in einem eigenen Beitrag schon mal angesprochen, denn die Entwicklung scheint wohl mit künstlicher Intelligenz dahin zu gehen, dass man seinen privaten, persönlichen KI-Assistenten sozusagen auf dem Smartphone dabei hat, also sozusagen keine Konfektion mehr von der Stange, sondern an die eigenen Bedürfnisse angepasst. Deswegen ist es ganz wichtig, insbesondere für Unternehmen jetzt anzufangen, unbedingt eine KI-Basis-Strategie für das Unternehmen zu entwickeln. Also welche Apps, die ja vielleicht wegfallen, kann ich ersetzen durch KI? Wie kommen meine Informationen zur KI? Also das sind Fragen, die jetzt gestellt werden.